Jetzt ohne weiteres rumrennen, weil wir wollen ja heute ein bisschen selder noch spielen. Nein, geht nicht, Peter. Heute ist ja auch eigentlich kein Stream. Hi, hey, Bisa. Peter, schon mal cool. Da kann man einiges machen, schon mal. Ey, das ist cool. Oh, das ist der hier schon schlimmer. Oh, ich kann mir schon richtig schlimme Level vorstellen. Oh, das ist ein Bumerang. Cool. Shooter Level. Das ist lustig. Das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Guck mal, andere Bosse, oder? Die man machen kann. Bisschen abwechselnd in den Boss-Fights. Ah, das ist auch cool. On-off Trampolin. Oh. 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 Oh mein Gott, das ist einiges neu noch. Ja, ist der Top-Chi. Das finde ich aber auch cool. Sehr cool. Genau. Ist das wieder toll? Okay? Okay. Bop-bop! Oh, auch gut. Ja, Coalier. Aber es ist trotzdem cool. Wir wollen ja auch nicht, dass du ein komplettes Spiel reinraust, ne? Unterschiedlicher Visa. Eine Superwelt kann man so machen. Und sie mit den Leuten über den Weltkrieg. Es ist auch los, dass du viel mit dem Ballon hast. Der dritte Update für Super Mario Maker 2 Launches April 22nd. Können wir am Wochenende dann auch mal wieder ein bisschen spielen. Muss ich nur gucken wann, weil ich bin Samstag auf Sonntag nicht zu Hause. Dann bin ich bei meiner Freundin. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Update. Hier übrigens, ne? Für Leute, die es noch nicht wissen, sind Lego Super Mario, ne? Wer sich sowas holen möchte. Jochen will ich von mir do's哪en Jahrhirn. Oh, sch Color, we свой Bob Motor 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 Metal Motor 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 Drum Ja?